Fußball-Derbys sind nicht nur das Herz jeder Saison, sondern auch der Puls des Sportes. Sie verleihen ein Spiel an der Intensität, die Fans weltweit in ihren Bann ziehen. Denken wir an weltbekannte Derbys wie das interkontinentale Derby zwischen Gala und Fener, das traditionsreiche Old-Firm-Derby zwischen Celtic und den Rangers oder das mitreißende Super-Klassico zwischen River und Boca. Diese Begegnungen sind nicht nur sportliche Duelle, sondern regelrechte Schlachten auf dem Platz. Jedes dieser Derbys ist durch seine Einzigartigkeit geprägt und jede hat seine ganz eigene Geschichte. Doch was geschieht, wenn der sportliche Leistungsunterschied zwischen den einzigen Rivalen so drastisch wird, dass die Spiele ihre Spannung verlieren und die Begegnungen nicht mehr das sind, was sie mal waren? Im heutigen Video widmen wir uns 5 Fußball-Derbys, die im Laufe der Zeit nicht nur an Bedeutung verloren, sondern gänzlich aus dem Fußball-Kalender verschwunden sind. Und erschreckt euch nicht, heute habe ich mit Veloce Studio einen ehrenwerten Gast dabei. Nummer 5, Western-Derby. Das Western-Derby, auch Klassico del Oeste bekannt, ist das Aufeinandertreffen zwischen Ferro Carrello Oeste und Valles Saasfield. Beide Klubs stammen aus dem westlichen Teil von Buenos Aires, was die starke Rivalität erklärt. Politische Differenzen, da Valles dem Peronismus und Ferro dem Radikalismus zugewandt war, verstärken die Antipathien. Nach der ersten Ausspielung im Juni 1920, das Saasfield mit 5 zu 0 gewann, wurde das Derby insgesamt 155 Mal ausgetragen und gehört zu einer der häufigsten in ganz Argentinien. Obwohl Valles mit 61 Derbysiegen als das stärkere Team galt, konnte Ferro Carrello Oeste mit 48 Erfolgen gut mithalten. Über viele Jahre hinweg war dieses Aufeinandertreffen ein Höhepunkt in der argentinischen Liga, geprägt von aufregender Atmosphäre und spannenden Spielen auf Augenhöhe. Ein denkwürdiges Ereignis ereignete sich am 28.11.1999, als Valles Saasfield mit 6 zu 1 gegen Klub Ferro Carrello Oeste gewann und der paraguayische Torhüter Jose Luis Chilavet sogar einen Headtrick erzielte. Ende der 1990er Jahre verlor das Derby jedoch an Bedeutung, insbesondere als Ferro im Jahr 2000 in die zweite Liga abstieg. Seitdem kehrte der Eisenbahnklub nicht mehr in die erste Liga zurück und es kam nie wieder zu einem erneuten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften. Nummer 4 Stuttgarter Stadtderby Das Stuttgarter Stadtderby zwischen den VfB Stuttgart und den Stuttgarter Kickers zählt mit 105 Pflichtspielen zu den häufigsten Derbys in Deutschland. Die meisten dieser Begegnungen, nämlich 97 Partien, fanden vor der Gründung der Bundesliga statt. Das erste Aufeinandertreffen folgte im September 1912 im Amateurfußball, wobei die Stuttgarter Kickers mit 6 zu 2 siegten. In den ersten 15 Spielen hatten vorwiegend die Kickers die Oberhand, bis später der VfB diese Rolle übernahm. Beide Stuttgarter Mannschaften waren lange Zeit auf Augenhöhe, doch nach dem Aufstieg des VfB in die neu gegründete Bundesliga gab es eine längere Derbypause, bis die Cannstädter aus der ersten Liga abgestiegen sind. Viermal wurde das Stuttgarter Lokalderby in der zweiten Spielklasse ausgetragen, bis der VfB in die Bundesliga zurückkehrte. 1988 schafften die Kickers erstmals in die höchste deutsche Spielklasse und am 20.08.1988 fand das Derby erstmals in der Bundesliga statt, dass der VfB mit 4 zu 0 gewann. Insgesamt wurde das Stuttgarter Stadtderby viermal in der Bundesliga ausgespielt, bis die Kickers 1991-92 abstiegen und nie wieder zurückkehrten. Während der VfB Stuttgart weiterhin in der ersten Fußball-Bundesliga spielt, aktuell sogar sehr, sehr stark, bewegen sich die Stuttgarter Kickers hauptsächlich zwischen der dritten und fünften Spielklasse. Aber aktuell sind die Erste, also sieht es aktuell positiv aus. Seit 1992 findet dieses Stuttgarter Stadtderby nur noch in Testspielen statt oder wenn man wieder gegen die Reserve in der Regionalliga antritt. Nummer 3 Derby de la Scala mit Nino Yo Leute, mein Name ist Nino vom Veloce Studio Kanal und ich darf euch heute das vergessene Derby im Nordosten Italiens vorstellen und zwar das Derby de la Scala in Verona. Dafür auf jeden Fall dicken Dank an Nylroth, dass ich hier diesen kleinen Part übernehmen darf. Und zwar sprechen wir heute über Chievo Verona gegen Hellas Verona. Ein Derby, das eine sehr interessante Historie hat, weil wir auf der einen Seite Hellas Verona haben, ein Verein, der unter 1984, 85 einen Serie A-Titel feiern konnte, zu einer Zeit, wo der Name Chievo Verona noch keinem ein Begriff war. Da dieser Verein tatsächlich erst sehr, sehr spät in der Historie des italienischen Fußballs überhaupt auf die Bildfläche trat und beispielsweise 2001 das erste Mal aufstieg in die Serie A und damit dann immer mehr Leuten einen richtigen Begriff wurde. Dadurch, dass beide Teams eben so unterschiedliche Historien hatten, ist es eben auch so, dass das erste Duell sehr spät erst zustande gekommen ist und zwar 1994, 95. In der Serie B sind die beiden Teams aus Verona das erste Mal aufeinander getroffen. Das Interessante hierbei, so wie es bei einigen italienischen Derbys auch ist, dass beide Teams im gleichen Stadion spielen, was ich immer sehr interessant finde, da es dann eben noch eine weitere Komponente geht. Nicht nur, wer ist das beste Team in der Stadt, wer ist das beste Team in der Region, sondern auch noch, wer ist das beste Team im eigenen Stadion. Das gibt dem Ganzen nochmal so einen kleinen, gewissen Flair. Leider ist aber auch dieses Derby hier in der Liste, weil dieses Derby verschwunden ist. Der Grund hierfür ist einfach der steile Abstieg von Kiewo Verona. Und dann sind sie 2018 aus der Serie A abgestiegen und irgendwann später im Juli 2021 kam der Super-GAU, nämlich der Entzug der Serie B-Lizenz aufgrund von Finanzproblemen. Das war der Anfang vom kompletten Ende von Kiewo Verona, denn der Verein musste daraufhin aufgelöst werden. Wurde dann irgendwann, so wie es auch Classic ist, im italienischen Fußball neu gegründet. Erst mit dem Namen FC Kiewo, dann gab es da aber ein paar Probleme, weswegen der Verein tatsächlich heute FC Chilvese heißt und momentan in der Serie D kickt, also im Amateurbereich. Und das Ganze momentan auch eher semi-erfolgreich, wo man aktuell auf Platz 14 lediglich ist. Das letzte Duell in Verona im Marc-Antonio-Bentegodi zwischen beiden Teams fand tatsächlich im März 2018 statt. Das Ganze konnte tatsächlich hier Hellas-Verona 1-0 gewinnen. Insgesamt sind die Duelle in der Serie aber sehr ausgeglichen. 4 Siege für Hellas-Verona, 4 Siege für Kiewo und 2 unentschieden. Auf jeden Fall super, super bitter, dass der Abstieg von Kiewo Verona der ausschlaggebende Punkt ist, warum dieses Derby vielleicht irgendwann komplett vergessen wird. Wenn euch der Absturz von Kiewo Verona weiter interessiert, dann könnt ihr euch gerne mein Video geben. Ich habe dazu nämlich ein Video auf dem Wellausstuhl-Studio-Kanal gemacht. Könnt ihr euch auf jeden Fall gerne anschauen. Ich danke Neyruf nochmal, dass ich hier einen kleinen Gastpart übernehmen durfte. Und wie traditionell von mir, meldet sich euer Veloce ab. Und bye-bye, aber nicht abschalten. Guckt das Video weiter. Danke Nino. Schaut auf jeden Fall nachher noch bei Ihnen vorbei. Sonst Rückmeldung. Hast Bilder gezeigt, freigesprochen. Super, eine 2. Was auch eine 2 ist, ist unsere Nummer 2, das Dockers-Derby. Das Dockers-Derby ist das Aufeinandertreffen der beiden Londoner Fußballvereine West Ham United und den FC Millwall. Erstmals fand das Derby im Dezember 1899 im FA Cup statt, dass der FC Millwall für sich entscheiden konnte. Auch wenn West Ham United der Bekannter der beiden Teams ist, gewann Millwall mit 38 Siegen aus 99 Begegnungen die meisten Derbys, obwohl die Hammers mit 34 Siegen gar nicht so schlecht dastehen. Leider ist die Rivalität zwischen den beiden Clubs weniger für spannende Spiele und mitreißende Stimmung bekannt, sondern eher für gewalttätige Auseinandersetzungen, die von Hooligan-Gruppierungen von beider Seiten angeheizt wurden und sogar zu Todesfällen führten. Obwohl die Feindschaft weiterhin besteht, sind direkte Begegnungen zwischen West Ham und Millwall in jüngerer Zeit selten geworden. West Ham hat sich in der Premier League etabliert, während Millwall ein durchschnittlicher Zweigiges geblieben ist. Das letzte Aufeinandertreffen fand im Februar 2012 statt, als West Ham noch in der Championship spielte. Dieses Spiel gewann die Hammers und stiegen in derselben Saison in die Premier League auf. Nummer 1 Münchener Stadtderby Das Münchener Stadtderby zwischen den FC Bayern und den TSV 1860 ist mit bisher 164 Pflichtspielen das zweithäufigste Fußballderby in Deutschland. In der Vergangenheit galt dieses Aufeinandertreffen als eines der heißesten in der Bundesliga, da beide als Aushängeschilder des deutschen Fußballs bekannt waren. Ursprünglich war die Begegnung zwischen den Schickimicki-Club und den Arbeitervereinen äußerst spannend. Zudem teilten sie sich gemeinsam mit der Allianz Arena und früher auch mit dem Olympiastadion gemeinsam ein Fußballstadion, was in Deutschland eher seltener der Fall ist. Allerdings begann bereits in den 1980er Jahren ein deutlicher Leistungsunterschied zwischen den FC Bayern München und dem Münchner Löwen, was zur Abnahme der Bedeutung des Derbys führte. Seit 1978 konnte der TSV 1860 nur zwei von 26 Derbys gewinnen, sechs endeten unentschieden. Während der FC Bayern die Bundesliga dominierte, stürzte der TSV 1860 sportlich ab und spielt aktuell in der dritten Liga. In die erste Fußball-Bundesliga zurückgekehrt sind sie seitdem nie mehr. Das letzte Stadttuell fand 2008 im Viertelfinale des DFB-Pokals statt, das der FC Bayern München mit 1 zu 0 nach Verlängerung für sich entschied. Die Rivalität zwischen den beiden Klubs besteht noch heute, hat sich jedoch eher zu einer Hassliebe entwickelt. Ja Leute, das war's auch mit diesem Video. Welcher dieser fünf Derbys habt ihr selbst mal miterlebt, vielleicht sogar mal live im Stadion und welche Begegnung vermisst ihr am meisten? Schreibt dies alles gerne mal in die Kommentare. Je nachdem wie das Video bei euch ankommt, gibt es eventuell einen zweiten Teil. Deshalb abonniert meinen Kanal, um das nicht zu verpassen. Schaut außerdem noch bei unserem Gast Willord'sche Studio vorbei, sein Kanal und sein Video zu Kiewo sind natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Das war's in dem Video, bis zum nächsten Mal und ciao.